Hallo liebe Freunde, wir machen heute Übungen zum Thema Achtung, betreten, verboten. Übung 1, Konjugation. Wir konjugieren jetzt das starke Verb betreten. Zunächst den Singular, erste Person Singular. Ich betrete das Zimmer. Ich betrete das Zimmer, zweite Person Singular. Du betrittst den Raum. Du betrittst den Raum. Dritte Person Singular. Er, sie, es, betritt ihn nicht. Er, sie, es, betritt ihn nicht. Und dann der Plural. Erste Person Plural. Wir betreten jetzt das Firmengelände. Wir betreten jetzt das Firmengelände. Zweite Person Plural. Ihr betretet gefährliches Gebiet. Ihr betretet gefährliches Gebiet. Dritte Person Singular. Sie betreten die Bühne. Sie betreten die Bühne. Und jetzt die Höflichkeitsform. Betreten Sie eine militärische Anlage? Hoffentlich nicht, ja. Betreten Sie eine militärische Anlage? Natürlich nicht. Übung 2. Stopp! Lebensgefahr. Übung 2. Es ist lebensgefährlich, etwas zu tun. Das ist die Struktur. Merken Sie sich hier allgemein. Es ist plus Adjektiv. Dem folgt immer die Infinitivkonstruktion mit zu. Also es ist etwas zu tun. Antworten Sie in ganzen Sätzen. Nummer 1. Autobahn überqueren. Es ist lebensgefährlich, die Autobahn zu überqueren. Ja. Es ist lebensgefährlich, die Autobahn zu Fuß zu überqueren. Nummer 2. Baugerüst herumklettern. Es ist für Kinder gefährlich, auf dem Baugerüst herumzuklettern. Ja. Es ist lebensgefährlich auch. Es ist lebensgefährlich, auf einem Baugerüst herumzuklettern. Nummer 3. Baustelle spielen. Es ist für Kinder gefährlich, auf der Baustelle zu spielen. Es ist für Kinder gefährlich, auf Baustellen, hier haben wir den Plural, zu spielen. Nummer 4. Bahngleise überschreiten. Es ist lebensgefährlich, die Bahngleise zu überschreiten. Ja. Es ist lebensgefährlich, Bahngleise oder die Bahngleise zu überschreiten. Nummer 5. Bei Rot über Ampel gehen. Es ist gefährlich, bei Rot über die Ampel zu gehen. Ja. Es ist gefährlich oder auch lebensgefährlich, bei Rot über eine Ampel zu gehen. Nummer 6. Es ist lebensgefährlich, die Bahnanlage zu betreten. Ja. Es ist lebensgefährlich, die oder eine Bahnanlage zu betreten. Danke schön.